Hier könnt ihr mal meine Haust sehen. Machen wir den Survival diesmal. Wie meinst du das? Meinst du YouTube? Ja, also richtig. Ja, bin ich, bin ich. Ich mein so richtig, so richtig, richtig Netzwerk mäßig. So wie Gamester und so die Kraft. Ja. Ganz sicher. In welchem? Guck mal, wir können saubern. In welchem Netzwerk soll ich denn sonst sein als die? Okay, drunter haben sie. Oh, ne, das meine ich nicht. Das ist ein Netzwerk YouTube. Das man, Falken weiß, was ich meine, oder? Mit den Partnerschaften? Richtig. Da bin ich drin, ne? Da bin ich drin. Guck mal, wir können saubern. Wir haben YouTube-Kreffen. Also mit YouTube-Kreffen geht alles. Ja. Ich hab da auch 65, aber so also. 160? Boah, 65. 65, Falken, 65. Ich kann nicht auf die Tür, ich bin zu breit gebaut. Warte, 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 ich bringe euch mal was. Ja, bringe euch mal was. Okay, was willst du denn haben? Okay, was heißt alles? Diamanten. Ja, wie viele denn? Ähm, so viel für ne ganze Rüstung und... Tut mir leid, Falken, ich hab nur noch 7. Okay, gib mir dann 7, ey. Gib mir dann 7, ey. Gib mir dann 7 Diamanten. Okay, mach ich, tp. So, sag an. Sag an. Guck mal hier, ich bin so freundlich. Wo? Ich seh dich nicht. Ja, 26. Mach was dafür. Jollo. Ich mach schon in Serie, also. Okay, jetzt erst mal die Crafting Bench. Was hat ich mir denn? Falken, nehm ich schnell die Dias wieder weg und gibst sie mir. Hab ich sie wieder? Ich hab 26,5 Grad. Ach du mit deinem blöden Diamant. Guck mal wie die glänzen. Bling, bling, man. Ich hab jetzt mal die bling, bling Schuhe. Aber hier, guck mal, ich hab 26 Dias noch in der Hand. Fert. Pfff. Okay, Falke. Ja. Was willst du, was willst du, was willst du dafür haben? Ihr ist voll reicher. Ich werd voll reicher. Ich hab nur 30 Dias Blöcke. Gib die mir hier. WTF? Das sind ja A9. Nein, Spaß. Das sind ja A9. Falke, geh Maschen auf meinen Kanal. Ja, und dann? Geh auf Minecraft Tux Rush Info. Und da der neueste Kommentar. Ich kann grad nicht machen. Ich bin grad in Aufnahme. Ich bin grad in Aufnahme. Warte, ich schick dir den Link. Danke, ich muss ja auch mit dem Handy, ne? Scheiße. Ja, und zweitens geht dir das auf meinen ersten Mal auf. Und dann geht die Aufnahme weg. Ich kann's mal kurz vornehmen. Wie heißt du auf YouTube? Ja. So wie in Minecraft. Falke auch. Ja, ich weiß wie Falke heißt aber, ähm. Ja, ich auch. So wie in Minecraft. Okay, ich abonnieren. 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 Boah, ich werd gleich mal spielen, aber du nicht Deutsch bin. Ich bin ja so. Okay. Da, das. Ich will jessie poke for you in und das wird da keine Ergebnisse gefunden. Aber wenn wir auch so auseinander schieben bei jessie, warte, ach ja. Und da so... Minecraft Tuxrush Info. Wann kam das raus? Wie denn? Das kam, warte, das kam vor 3 Monaten. Oh Junge! Was ist bei dir? Oh Junge! Oh Junge! Okay wir weiter das! Und da den neusten kommt Tuxrush, so geht das oder wie? Nein, nein, Tuxrush Info. Achso, ja unten drunter, okay. Vielleicht hab ich mein Ton, ist ja immer ein... Und da... Die neusten kommt mit da. Oh, was? Ach so, lieber da unten. Kommentar... Wenn du den Like hört... Skype... Ich nehm auch... Genau das! Wir können eine Runde was spielen. Oh, I love you! Ja, er steht unter meinem Video, ich hab ein riesen Fan! Oh, Moigas hat auch schon... Ich bin dein 100 Satz... Okay, du müsstest hier 2 Airbus mehr haben. Du müsstest hier 2 Airbus mehr haben. Einmal mein E-Mail und einmal... Mein... Boah! Boah! Zu diesem Zeitpunkt! Das ist der beste Satz, den ich jemals gesagt habe! Und das ist in meiner Aufnahme! Okay, wie viel hab ich jetzt? Irgendwas mit 100, keine Ahnung mehr. Du hast 100, genau glatt 100. Genau glatt 100, auf jeden Fall! Du bist alle abgehauen! Und? Bei mir steht 132, aber damit für 132 oder 134? Äh, oder 135. Oh geiler... Aber ich hab dich doch nicht abgehauen! Nein, meine Tür geht schon wieder mich zu! Oh, eine Runde Mitleid! Oh, ey! Danke! Ich wollte noch rein! Ich wollte noch rein! Ich wollte noch rein! Nein! Nein! Den hast du! Gar nicht! Doch! Guck dir dein Inventar! Oh! Oh! Jetzt hab ich wieder... 5... 5... 6... Sag mal Falke! Warst du so'n kleiner zu-Hater? Was für so'n kleiner zu-Hater? 4... 8... 8... 8... Ich muss sagen... Leider... Ist das... Wie heißt das? Bei Bandis? Ne, bei Bandis... Bandicam! Bandicam! Bandicam, you know! Das ist der größte Scheiß der Welt! Oh! Yes! Das habe ich da mit dir gemacht! Ja, kannst du denn noch eine Hose machen und mit dir? Reicht das jetzt? Ich denke schon! 15? Ja, das sollten reichen! Ich hab noch 6 in der Tasche! 6 in der Tasche! 11 von 3... Ich hab noch mal einen Daumen. Schrecklich! Und ich hab noch einen Daumen nach gesehen. 1... 1... 4... 2... ist für eine Runde machen Psch, Psch, komm mal, komm mal Lass es Ich hab ne Axt Oha Oha, bewaffnet mit einer Axt Verdammt, nicht getroffen Danke für den Ofen Ja, bitteschön, ich wollte dich damit eigentlich erschlagen lassen, aber Sollte ich jetzt die dritte Folge aufnehmen? Mach was du willst Guck mal, ich bin versteht Ist klar Hallo Ich will mich verstehen Hallo Ne, verdam Ja Kann man durchgehen lassen Nope Warum nicht Weil man dich jetzt sehen kann P Spring Nee. 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 So kann ich nicht arbeiten. Aber war eine Jessie, aber die hat immer noch nicht meinen Username. Du hast den königlichen Falken vergessen. Weiß ich ja. Der hat sie davon Ender-Dingens. Enderman Skin. Enderman-Dingens? Es geht nicht. Ja, deswegen hatte ich ihn Ender-King genannt. Ender-King. Jetzt kommt auch noch ein Abonnent. Wer denn? Ey guck mal Blaupilz ist auch da. Hallo Blaupilz. Hallo Blaupilz. Hast du jetzt Blaupilz oder Blaupilz gesagt? Blaupilz. Ich hab das so verstanden. Biberkack. Hallo. 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 Eine Dame mit dir erschwert. Ja, das bin wohl ich. Ja? Pass auf. Was? Hat der das jetzt zu mir geschrieben, dieser... Der schreibt da oben King Falk und dann schreibt er... Ich love you. Ich love you. Ich love you. Der best englisch. Hallo. Hallo. So, King Falk wird Pusterman. Ich love you. Ich war auch oben da aus. Hey, wie macht man das überhaupt mit diesem Glas drauf? Ich bin noch dran als Meister. Kann man sagen... Meister. So, ich bin der Einwohnerin. Das dauert noch ein bisschen. Äh, wann, 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 wann kriegt man das? Weil man 10.000 Spielminuten hat. Ich hab 5.000. Verdammt. Minium, da brauchst noch ein bisschen. Sind die Punkte, äh, sind die Punkte die, äh... Spielzeit. Ja, da ist 1 Minute ein Punkt. Äh, wie? wie viel braucht man für Meister? 10.000 Euro und ich hab 4.400 Euro ich hab 5.150 Euro ich bin erst neu auf den Zeugner, sorry und wie sieht ihr den Server? der ist eigentlich geil aha, da war das eigentlich und uns eigentlich ich hatte 80.415 Spielminuten Junge, übertreibt 3 ich wollte gleich Junge, fricke, mori hier, da wird auch ein Aboement ausluck, motherfuck wadafka wadafka warte ich Zombie, zombie, zombie warte, warte, warte ich kann nicht mehr fliegen, falle ich, kann nicht mehr fliegen weil ich vom Server geläfft bin als ich gesagt hab, so kann ich nicht arbeiten Hilfe, ich kann meine Tür nichts machen Spinne, 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 Spinne nein was ist so schlimm an dieser Spinne, jetzt mal ganz im Ernst tot ich hasse Spinne okay Mann ich muss noch ein paar Sachen nehmen in meinen Stingern in meinen Stingern in meinen Stingern was ist? nichts, nichts nichts was ist? was läuft das? was ist? gar nicht alles gut ja wie so kichert ihr denn so alles cool, alles cool ich halte nur mit jemandem aber der kommt jetzt doch immer wieder auf die Karte einsteuern der ist ja schon ein Meister 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 ja ich hab irgendwie jetzt Level bekommen ja von der Spine die ich getötet hab man wie hast du die nicht eigentlich Sammeln sondern ich? weil ich schon genug Level habe wie soll ich hier ne Walking Bench die hab ich hier hingestellt wie ist so, wenn hier drinnen drei sind oder zwei oder keine Ahnung und oben noch auf den Dach und zwei dann nehm dich den Nächsten Fett man hey meint hast du mir eine andere bekommen Falke? Falke hast du mir eine andere bekommen? wo denn? ins Team zur Gruppe hey ach wie gehts? hey ich muss dir was flistern ne hab ich nicht hey ich muss dir was flistern man sieht jetzt gerade ne mein Team wiegt man ja nicht das wird dann nicht auch okay ey ey ich muss dir was flistern ey ey du musst nicht so nah ich geh dann kommen ey ich muss dir was flistern okay was wolltest du mir sagen das ist so wiesend Walke ist ein richtig cooler und 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 ich bin heimlich in ihn verliebt die Zombies sind zu laut ich hab Kopfhörer deswegen kannst du dich fast nicht verstehen okay okay oh warte Abonnent willst du mir Falke er ist nicht verliebt ich dachte ich kann dir vertrauen hey blau Pils was geht hey wieso sind diese Leute bei mir Abonnenten von uns Ist das denn da bei mir im Haus What ist das denn da bei mir im Haus Ich spritin er bei mir im Haus und lass dich hier keine Ahnung bekommen Falke hm was Tomi 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 Hahahaha Heee! Ne 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 ne! Was denn? Ne 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 ne! Nicht bei mir! Nicht bei mir! Jo! Ne 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 ne! Ne ne ne! Der Fan mich verknallt? Der schreibt mir so miss und mir herzelt! Ja, das macht er bei... Er hat sich ins Bett gelegt! Er hat sich in dein Bett gelegt! Hilfe! Zum Glück bin ich nicht da! Boah, ich kann nicht... Die Party wird auf YouTube... Hallo! Wag es dich! Wag es dich das abzuschicken! Wag es dich das abzuschicken! Wag es dich das abzuschicken! Okay! Soll ich? So! Und bei mir! Und bei mir! Lalalala! Lalalala! Hab keine mehr! Die Dame mit Dierschwert... Ja! Und? Hat er noch nie... Ein Blinkchen mit Dierschwert gesehen? Ja! Ja!